Hallo und herzlich willkommen im Traditionsbetrieb Leder Eberhardt, Ihrem Fachgeschäft für Leder, Lammfell und Trachtenmode, ansässig in Bad Hindelang und Ulm. Treten Sie ein und lassen Sie sich von unseren traditionellen Dirndln, Lederhosen und Trachten begeistern. Seit bereits 116 Jahren versorgen wir unsere Kunden in der Region Bad Hindelang und darüber hinaus seit über 10 Jahren im Raum Ulm mit Mode in Leder, Textil, Tracht und Lammfell namhafter Hersteller sowie dazu passenden Accessoires. Unser Sortiment umfasst eine große Anzahl verschiedener Modelle und Größen für Damen, Herren und Kinder. Profitieren Sie zusätzlich auch nach dem Kauf von unserem Änderungs-Service. Wir bringen Ihre Kleidung gerne wieder in Form. Sie sind auf der Suche nach einem ganz besonderen Modell? Wählen Sie aus einer Vielzahl unterschiedlicher Trachten Ihre Lieblingskombination aus. Wir beraten Sie dabei natürlich gerne und stehen Ihnen jederzeit für Fragen zur Verfügung. Und falls Sie Ihr Wunschmodell dennoch nicht finden, wir fertigen auch maßgeschneiderte Trachten und Lederhosen ganz nach Ihren Vorstellungen und Wünschen an. Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei Leder Eberhardt. Wir hören uns auf Ihren Besuch bei Leder Eberhardt. Vielen Dank.